Lieber Herr, Dankeschön für dieses reichhaltige Fest, in dem wir alle zusammen sind, da wir am Abendgrund unseres Aussterbens stehen, können wir in unseren letzten Momenten als Familie Trost finden, denn da wir ein wenig mehr Zeit miteinander verbringen. Amen. Dankeschön, Brigitte. So, Kinder, wie war euer letzter Tag der Schule? Ich habe alle gesagt, dass sie in die Höhle fahren können. Bert! Dann, ich habe ein Kind sehr schlimm verletzt. Ah ja, meistens werden drei von uns eine Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen. Deine Schwester hat recht, Bernd. Wir wählen eine Religion und wir werden gerettet werden. Das muss ist eine Religion, Mutter, und ich habe dir gesagt... Ich habe meinen Namen zu Econuar geändert. Oh, mein Name ist Hunker. Ah nein, 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 nein. Elbogen weg von dem verdammten Tisch. Das ist der letzte Mal, dass ich dir das sagen werde. Ich kann dich hören. Ich bin so froh, dass wir alle abrennen werden, du miserables Stück Scheiß. Ich kann dich hören. Ich kann dich hören. Ich kann dich hören. Lalalalalalalala. Hörst du mir, Herr Berg? Jetzt bin ich Helen Keller. Schau mir direkt in der Augen. Oh! Was ist passiert? Er hat mich geschlagen. Ich wollte, dass sie blutet. Hast du einen Grund? Verdammt, Bert! Da ist dein Grün! Echo! Verdammt! Ich werde sterben, bevor ich viele kühlen Sachen machen könnte. Ich auch! Ich habe nie Sex gehabt! Oh, du vermisst nicht viel, Schatz. Jeder nimmt an, dass es fantastisch ist. Aber ich verspreche dir, dass es nicht so gut ist. Weißt du, wie schwer es ist, mit einem Schwanz in deinem Mund Haut zu sagen? Ich weiß, es gibt keine Schwierigkeit. Du sollst mich beschweren. Ich wundere mich, wie es ist, adoptiert zu werden. Oh, du war adoptiert, Schatz. Einigstens war du nicht ein Fehler wie sie. Was?! Geh nur raus und sage es. Ich wollte schon immer mit einem schwarzen Mann sein und Ute... Du bist doch keine schwarze Mann. Geh zur Hölle, Herbert! Ich habe für viele Jahre gewartet. Deine Mutter wird mir nicht so viel wie einen Gottverdannter Daumen geben. Siehst du, wie sie lustig über mich macht? Siehst du, wie bereit ich dafür war? Ich habe das erwartet. Nun, ich bin bereit für dieses Abendessen vorbei zu sein. Dieses Essen schmeckt wie ein Vogels Arschloch. Oh, das sind die Quelluts. Was meinst du, Ute? Oh ja, ich habe den Rest meiner Quelluts in jedes Abendessen gelegt. Ich wollte nur, dass wir nichts fühlen, wenn wir sterben. Das war eine Dummheit! Wir sind nicht allein. Ich kann nicht antworten, meinen Finger zu essen. Oh nein, nein, nein. Ich entdecke eine neue Farbe. Ich kann spüren, dass Scheiße jetzt aus meinem Arschloch kommt. Es ist fertig. Warum war ich mein Dolty und Mutti? Bist du bereit für Satan? Ich war immer eifersüchtig auf deine Titten. Es war ein großer Ein, Kinder. Ich war nett, dich zu kennen, Arschlochern. Ich hatte den Elftraum wieder, Weber. Über die Weiße familie? Ja, es war schrecklich. Sie wieder geht es mal, Weinzenegger. In der Showroom, es ist nur ich! Meine einzige Sache, Ute, dass ich ihr Hals schneiden werde. Auf keinen Fall, du Depp! Warte, das war doch kein Traum. Das ist das Ende! Unglaublich. Aaaaaaahhhhhhh Squat! Aaaaaaahhhh Ooooohhh finest Geldgeirten Windows WJo-Moo Soろう Was in my head Gah dig libre Oh Also I'm in the morning and I step outside And I take a deep breath And get real high now Straight from the dark on my lawn What's going on? You're not safe He's not like a girl He's not like a girl Why are you there? Why are you there? What did I do? In your shoes Yeah, that looks very very close It'll be nasty Um I'm trying to make sure it's not leaking Because I'm like Was ist das? NOOOOO! Oh Stop!